Unglaublich, aber wahr. Cope? Scheiße, ich glaub's nicht. Danke, Dick. Ah, er ist klar. Sie ist weg. Sie war mit Alkai und ein paar anderen auf Besorgungstour. Oben beim verlassenen Nero-Flüchtlingslager. Ich glaube, du warst da schon mal. Ja, 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 ich kenne es. Finde sie, Dick. Da oben treiben sich Drifter und andere miese Typen rum. Wenn die sie zuerst finden, dann... Ja, ja, okay, ich seh, was ich tun kann. Ja, schauen wir mal lieber besser mal dort vorbei. Ähm, ja, das sollten wir aber auch wieder nicht... Danke, ich bin all das. Schaut, schaut, Pislowasch aus. Schaut für uns ein Pislowasch aus. Aber noch gut. Warte, dann machen wir gleich mal bei ihm, da so der ist. So, da können wir voll tanken. Ja, was geht's dir? Neue Verbesserungen? Interessant, also wie kann es bei dir neue Verbesserungen geben? Neue Verbesserungen. Alles klar, Dick. Alles klar. Reparieren brauchen wir eh nicht. Na gut, dann schauen wir dort vorbei. Leider brauchen wir halt bei dem, kommt er noch definitiv noch. Ähm, einen Moment, schon unterwegs. Da haben wir halt leider noch nicht so den guten Status, das ist halt das auch noch. Ah, krass. Na gut, ich bin aber gespannt auf, wenn wir da jetzt wieder treffen. Ah, servus, bis, bis, servus. Au, ey, da. Da können wir aber übelst, man ja gemeinsam. Ah, da mache ich aber gleich mal auf. Dadurch, dass da Fragezeichen ist, kann da schon was Gutes drin sein. Servus, Christi, servus. Servus. Aus, wie geht's denn? Aber Großvater sagte immer, der einfachste Weg zu einer Mahlzeit ist eine Pfanne. Häng eine Schlinge an dein Korn. Du hast vielleicht Essen, wenn du ihn anmachst. Aber Vorsicht. Eine kopflose Schlange kann noch beißen, vor allem, wenn sie nicht noch nicht tot ist. Mein Großvater hätte uns alle überlebt. Das sage ich nicht. Hier ist ein Koppler für Radio Free Oregon. Glaubt, die blüht nicht. Oh, wirklich toll, Kopp. Du hast ihn also mit deinem Opa fallen gestellt und mit deinem Dad Salzlecksteine ausgelegt. Sehr sportlich. Schätze, das ist jetzt eh alles egal. Ah, das ist alles egal. Ich sollte mir das lieber mal ansehen. So, oh, neige Spitzhacken. Ja, das ist auch gut. Ja, scheine ist dafür definitiv höher, aber Haltbarkeit ist für mich persönlich auch wichtig. Definitiv wichtig. Eigentlich ist es rundherum um uns ein Hupel. Ach, work. Scheint gibt es da ordentliche Schlacht, aber... Da sind schon viele Leichen, bis der. Hier sind wirklich viele Leichen am Start. Hm, vielleicht treffen wir noch eine Fahne. Das wäre auch nicht schlecht. Können wir wenigstens an, wer die zusätzlich kaputt machen. Amoi. Aber schaut schon irgendwie so ein bisserl interessant aus, was könnte hier passiert sein? Wie ist das? Schon geil. Schauen wir noch kurz bei den einen da rauf, da noch bei einem Stock da oben, wenn wir drüber gehen können, ja genau, ich weiß nicht ob wir da überhaupt noch was finden, aber probieren wir es einfach, oder? Probieren wir es einfach, wenn wir nichts finden ist auch egal, ey der könnte aber ruhig in den Kühlschrank rein schauen, ich sag's ja nur, könnte vielleicht ja noch ein guter Säppchen für später da sein, anscheinend sind das uffiele, von Erna. Anscheinend sind da wirklich viele, sollten wir vielleicht aufpassen dann, was wir dann halt tun. Also es ist definitiv jetzt schon mehr los ist wie vorher, definitiv. Aha, warte, 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 wir sind zwar eh vorbeigegangen, aber man, gibt's dann eh nix besonders da oben, ist eh wurscht. Dann ist eh wurscht. Hätte ich gesagt gehabt, schauen wir, dass wir da auch ein paar Punkte sammeln, oder? Ein paar Ohren oder irgendwas in der Richtung. Und die mich umzingelt haben, ist auch wurscht. Hey, hey, aufhe, aufhe, aufhe mit die Jodwecker. Scheiß lieber drauf, scheiß lieber drauf, wer weiß wie viele da noch sind. Ei, 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 wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ui, ui, ich herrschu, ich herrschu. Ui, wir können nur das uffiele sein. Scheiß da, scheiß Stefan da. Voll mitzauber, da bist du einfach... Ui, ich bin nicht da vorhanden, na 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 na. Ihr seht mich nicht. Ich bin nicht da. St. John und Salome Hot Springs. Tag, hörst du mich? Ja, Deke, ich höre. Ey, äh, ich bin da, wo die Kleine zuletzt gesehen wurde und, äh, anscheinend kam mir ein Sparum los. Wenn wir hier waren und... Fuck. Wenn doch findest du sie. Fucker Ende. Oh shit. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob die Herde jetzt mir folgt oder sonst irgendwas, aber... Ich hoff mal, dass ich die Herde war und dass sie sie geschickt hab. Warten wir mal an. Okay, herren tue ich mal nix. Warten wir mal an, wie geh ich... Was was ich mein. Glaub ich geh da... All zu weit raus, ey. Und du mir die Herde da vorbeiziehen lassen, hätte ich gesagt. Weil die tun nur den einen oder den anderen dann wieder daher... Schicken zu mir und das ist auch wieder eine Arsch-Aktion. Das können wir auch nicht gebrauchen, weil... Bei so vielen weiß ich dann aber auch nicht, ob wir da dann flüchten können. Oder vorbeilaufen. So, ich soll einfach auf Chili Vanille mäßig die Herde dann mal vorbei und tschüss Papa. Was sonst... Ah, weißt du, wir haben mal eine gescheite Horde gsehn. Da haben wir mal eine gescheite Horde gsehn. Das... Ah, ich riskier's nicht. Na. Voll. Das war ein leichtes... Opfer... Na, das sind noch nicht weit weg. Das ist das. Das ist ja das. Die sind noch nicht weit weg. So, und lieber dort bleiben, wo sie sein. Aber das ist ja nicht so weit weg. Wenn so, wenn so 2 auf1 mal sind das wäre... Ideal. Scheiße. Fast. Wow. Das ist jetzt ursch. Daaaas ist jetzt ursch vielleicht. Daaaas ist jetzt ursch vielleicht. Jetzt kommt die Hörde vielleicht wieder zurück, was ist das? Na gut, wenn es der eine nicht gehört hat, dann wird es der andere auch nicht hören, dann ist es eh wurscht. Na komm ruhig. Warte, was ist die Wander? Oh, na warte, na warte, na warte, tschüss. Oh, oh ist gut, tschüss. Nach, scheiße! Ah, scheiße! Passt! Uh, Uh, yes! Oh, ja. Tja, es kommt super, also, es ist gleich mal doppelt gemappelt. Super. Und tschüss. Es wird wahrscheinlich das dritte dann sein, von allen drei dann. Erwart, 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 erwart. So. Und deshalb passier noch halt hin und wieder einmal in irgendeiner Session. Deshalb kommt einmal auch so eine Cut vor, weil... Alisa, das ist auch falsch, das ist auch falsch. Alter, was ist denn da mit dem? Wollt ihr das nicht? Ja, ich denk's mir, das ist ja ganz wichtig jetzt. Das kannst du ja nicht vergessen, du bist behindert. Der ist deppert, oder? Der ist deppert. Du kannst ja sowas nicht wichtiges vergessen. Der wird schuxel. Aber du bist ja auch nicht der Große, aber die Erde ist... Fuuuuh. Nein, nein, nicht hier lang. Die Erde... Das ist... Also, die Erde war schon was Geiles. Das war schon was Feines. Die Erde war richtig fein. So, muss ich dann noch alle vernichten, oder was? Oder muss ich dann noch irgendwas ausschalten? Ah, muss ich... Ah, okay, da war was. Da war was. Was ist hier los? Ich meine... Vielleicht hier irgendwo... Irgendwas ist da hier am Start. Irgendwas ist da. Was ist denn das Rote da? Oh Scheiße. Sieht aus als hätte der Schwarm sie zerfetzt. Aha. Bastard. Ah, okay, das ist eh auch schon die Richtung. Eieieiei, war nicht gut. Na, wart, irgendwas haben wir da aber auch noch am Start. Das ist nicht das Einzige. Gell? Das ist fast. Das ist ja dann auch noch, irgendwas ist da noch am Start. Na, komm her. Na, komm her, Pugli. Zeig, zeig. Ah, das hätt ich, das hätt ich machen müssen. Hätt ich noch in das extra scannen müssen, oder was? Warte, dann gehen wir halt noch weiter. So, ja, das wird halt das, das. Alter, ah, feier. Oder was? Ja, 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 die Fußabdrücke, schau, die Fußabdrücke zeigen wir aber, dass das. Oder, ah, rauf mit uns, na dann. Okay, waren wir jetzt nicht ganz sicher, ob wir da irgendwie raufkommen, aber na gut. Ui, mein Herz eh schon, mein Herz eh schon. Ui, 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 ui. Willkommen eh schon, willkommen eh schon. Rose, Rose, ja, ja? Oder was ist das, die sind, äh, klimmer da umverwandelt, kommen wir nicht gebrochen? Nein, nein, nein! Hey, 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 ich, äh, ich werd dir nichts tun, okay? Ich, ich gehör nicht zu dir. Nein, nein! Ah, fuck! Geil! Warte, warte, ich sagte, ich bin hier, um dir zu helfen. Nein, sie schickt dich. Du bist vom Arbeitslager? Nein, nein, also, Taka, ich, ich, ich besorg' Zeug für sie, ja. Ich musste hungern. Ich wollte nicht gehorchen, also gab's kein Essen. Es ist halt ein Arbeitslager, da muss man halt arbeiten. Ich bin kein Sklave. Ich geh' nicht zurück, kapiert? Lieber sterbe ich hier. Okay, 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 Gott verdammt. Ach, du Scheiße, ui. Oh, ich hätt' nicht, ah, ich hätt' das am Uhr gefeiert, wenn man sich trotzdem entscheiden hätte können, vielleicht, dass man da vielleicht ein bisschen lockt zwingen hätte können und alles drum und dran, aber gut, 2,5.